Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und ihr seht schon, das ist ein Spiel, was es noch nicht auf diesem Kanal gab. Ich habe es im FIFA Ultimate Team Video angekündigt, das am Dienstag hochgeladen wurde. Ich kann jetzt gar nicht sagen am letzten Dienstag, weil ich produziere vor. Das heißt, bei mir ist es noch gar nicht Dienstag, aber ihr habt das Video schon bekommen, wenn dieses Video online geht. Auf jeden Fall, das hier ist Star Wars Battlefront 2. Das gab es bei den Spielen der Playstation Plus. Also bei den Playstation Plus Spielen war das dabei. Es kann sein, dass dieses Video ein bisschen lange dauert, weil das immer unterschiedlich lang sein kann. Es kann auch unendlich lang sein. Ich hoffe, das wird es hier nicht sein, da ich nicht cutten kann. Ich entschuldige mich, dass ich im FIFA Video gesagt habe, dass ich die Jubel rauscutte. Dazu kam ich nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Es ist wie immer eine Spielvorstellung. Für die Leute, denen Jurassic World Evolution gefällt, denen kann ich sagen, da kommt auf jeden Fall noch wieder ein zweiter Part, weil das Video kam sehr, sehr gut an. Da gab es irgendwie nach zwei Tagen einen neuen Aufruf oder so. Ich bedanke mich wirklich von Herzen für 19 Abonnenten. Das ist wirklich... Zwischendurch ging es ja kurz runter. Von 15 auf 14, aber dann hoch auf 16. Also habe ich gesagt, ich bedanke mich für 19 Abonnenten. Ich meinte 16, falls ich das gesagt habe. Ich meinte 16 Abonnenten. In diesem Spiel geht es darum, also in dem Spielmodus, den ich hier spiele, das ist... Wie heißt der Modus? Ist das Widerstand? Es tut mir leid, das weiß ich nicht, aber... Aber auf jeden Fall ist in diesem... In diesem Modus geht es darum, Kommandoposten zu übernehmen und zu halten. Und dabei muss man halt die gegnerischen Truppen schlafen lassen, natürlich. Und wenn oben, ihr seht die Prozentleiste, je mehr Kommandosachen man besitzt, je mehr Kommandopositionen man besitzt, desto... ...schneller geht die Prozentzahl hoch und dann... Ja, moin. Wenn man genug Prozent hat, dann fliegt man aufs gegnerische Schiff mit... ...seinen Jets und dann... ...muss man das Schiff zerstören oder halt andersrum, man muss sein eigenes Schiff verteidigen. Ich hoffe, es ist gut erklärt. Ich denke nicht, aber der Rest ergibt sich dann einfach über die Zeit. Schreibt auch auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr dazu auch einen zweiten Part wollt. Oder zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, da wäre ich euch wirklich sehr dankbar. Äh, weil... ...für die Leute, denen Jurassic World Evolution gefallen hat... ...schau mal, es gibt sofort... ...also sofort jetzt nicht, aber es gibt einen zweiten Part. Und, äh, das... ...liegt nur daran, dass ihr geliked habt, dass ihr euch das angeguckt habt... ...und, dass ihr was in die Kommentare geschrieben habt. Und da bin ich euch wirklich sehr dankbar. Joint auch dem Discord-Server, da könnt ihr auch schreiben, welche Spiele ihr haben wollt. Äh, der Link zu meinem Discord-Server ist in der Beschreibung. Genauso auch der Link zu meinem Instagram-Account und der Link zu meinem, ähm, äh, zur jeweiligen Playlist. Schaut gerne auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, da ist wirklich so gut wie alles verlinkt. Ja, moin, Raketenwerfer. Ähm... Ja... Ihr seht schon, ich bin bei Schwer Level 42. Ich spiele immer mit Schwer und das heißt auch, dass ich schon ein bisschen öfter gespielt hab. Also, ich spiele nicht immer mit Schwer. Am Anfang hab ich ein bisschen gebraucht, um das zu finden, was mir, äh, am besten gepasst hat. Aber jetzt mit der Zeit... ...Schwer ist wirklich das, was so auf mich zugeschnitten ist. Ihr seht auch oben bei den Kommandokarten, das sind Special-Karten. Das heißt, äh, wenn ich die ausgerüstet hab, hab ich besondere Fähigkeiten verbessert oder besondere Fähigkeiten insgesamt. Und die hab ich auch auf dem höchsten Level. Diese Karten ist jetzt nicht besonders krass. So, ich hab das Spiel auch noch nicht so lange. Aber ich bin schon stolz darauf, dass ich meine drei Lieblingskarten auf dem, äh, auf Max-Level hab. Und, ja, ja, und, äh, wenn man Leute schlafen lässt, sag ich jetzt mal so, äh, dann, dann bekommt man Punkte. Genauso auch wenn man überlebt. Ähm, und, ja, und von diesen Punkten kann man sich halt, äh, Special-Charaktere wie Yoda oder so, äh, äh, holen, die man dann einmal hat, bis man stirbt. Und dann kann man die sich wiederholen. Aber, ähm, ja, aber kommt halt an, drauf an, in welchem Team man ist. Ich bin grad im Team Droide, deswegen gibt es nicht so die Besten. Ähm, ich habe die ganzen Star-Wars-Filme alle nicht gesehen, deswegen, äh, seid mir nicht böse, wenn ich irgendwas nicht weiß. Aber, ähm, ich hab keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen und das tut mir auch leid. Aber ich, aber ich durfte die nicht sehen, äh, weil, einmal, früher war ich zu jung dafür. Und dann, äh, mein Bruder wollte die nicht sehen und deswegen kamen wir nie dazu, die insgesamt zu sehen. Und, ja, so kam es dazu, dass wir überhaupt nicht die Filme geschaut haben. Ähm, ich hol die wahrscheinlich irgendwann mal nach. Ich hab den Story-Mode von Star-Wars-Battle-Film 2 auch durchgespielt mit Iden Versio. Ähm, wenn ihr den auch mal sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem Kommentar. Oder mit einem, oder mit einem, einem, einem Kommentar im Discord-Server. Könnt ihr mir auch schreiben, ja, ich will mal gerne das und das sehen. Oder, ja, ich würd gern mal das Spiel, keine Ahnung, das Spiel, ach, ich weiß nicht, äh, halt irgendein Spiel. Oder auch, ich will einen dritten Teil von der Spielerkarriere in FIFA. Äh, der zweite Teil kommt auch bald. Beziehungsweise der dritte Teil. Ihr wollt ja einen vierten Teil, dann, äh, wenn wir das haben wollt. Aber der dritte Teil ist auch bald aufgenommen. Ähm, und er kommt dann auch bald, wird bald hochgeladen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr klickt mal drauf. Ich hoffe, ihr schaut euch das an. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu lang, weil diese... Ja, okay, die Gegner gewinnen gerade. Aber... Ja, vielleicht beende ich das Video auch einfach nach, nach dieser Runde. Dann seht ihr halt nicht, wer gewonnen hat. Aber... Aber, damit das Video nicht zu lange dauert... Ich glaub, das Video dauert insgesamt jetzt schon zu lange, deswegen... ja, werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr sehen, wie die Leute aufs... Also... Ja, wie die Leute aufs Schiff kommen oder so, aber... Ja, ich hoffe, ihr findet das okay, weil ich tue ja alles dafür, dass die Videos kürzer sind. Deswegen, ja... So, auf jeden Fall, jetzt kommen die Jets, der... Feinde... Damit die auf das... Ähm... Auf das... Auf das eigene Flugzeug können, um es zu zerstören. Und... Ähm... Auf jeden Fall da... Ja... Man muss sie jetzt daran hindern, dass die an Bord kommen, weil dann bekommen die Extra-Zeit. Je mehr Leute an Bord kommen, desto mehr Extra-Zeit haben die. Die Extra-Zeit seht ihr oben, in Rot, eine Minute zehn jetzt schon. Ich... Ich... Ich meine dann spawnen die einem... Boah, ich weiß es nicht. Ist halt ein Online-Spiel, aber... Mh... Komm, komm, komm! Nein! Aber... Auf jeden Fall... Ja... Die bekommen grad extra-Zeit und dann fliegen vielleicht auf das... Und jetzt sieht man die Kampf-Animation... Also die Animation, wie die... ganzen Truppen auf unser... Äh... Schiff fliegen und dann gibt's noch einen... Schönen... Sound und dann... Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht... Also wenn ihr irgendwann mal sehen wollt, wie das dann aussieht, wenn man das Schiff verteidigen muss... Denn schreibt es in die Kommentare, zeigt es mir mit einem Like oder schreibt es in den Discord-Server. Und bis dahin... Hoffe ich, dass ihr am nächsten Dienstag wieder das nächste Video schaut. Tschüss!